Was wir da einfach nur so rum sagen hier, ne? Das Blöde ist, ich kann die EP hier nicht behalten. Ich glaube, ich tue einfach jetzt was irgendwas Enchanten auf Stufe 7 oder was weiß ich, was ich dann habe. Ne, du kannst dir einfach dir das Level merken und dann in den Game-Modus gehen und dir XP-Flaschen hinwerfen, dass du den Levelstand wieder hast. Das kann man ja auch machen. So, das Dungeon ist ausgeräumt, ausgeleuchtet, fertig, weiter geht's. Was, so lang? Was? Ich brauche nur 5 Sekunden, um das vollständig zu plündern. Ja, ich habe noch den ganzen... Zu plündern! Den ganzen Musi abgebaut, naja dann. Und dann habe ich noch jetzt dann gefunden. Hier ist Gold und Kohle, auch gut. Gold und Kohle! Du feine Kohle mit Schwefel! Was? Ich baue hier mal die Schienen mit ab. Ja, das ist gut. Ich muss mir jetzt ne Minecraft... ne Minecraft-Strecke bauen in... ...meiner Alpha-Welt, weil ich... ...dass nicht mehr an mein Baumhaus rankomme. Ach ja, ja. Du kannst ja nur mit Warp hin. Ne, mit... Ne, wie kommst du da hin mit Singleplayer-Comments? Ja, das ist eine Player GoTo. Ja, einfach nur Warp eingehen, oder? Ja, so wie... Nee, einfach GoTo. Also GoTo war das, genau. Du kannst es irgendwie auch ändern, glaube ich. Du musst du nur irgendwo... ...gibt es ne Properties in dem Mod-Ordner. SSP-Comments heißt das, und... ...da kannst du die ganzen Comments dann ändern, wie du willst. Also GoTo kannst du dann umschreiben, zu Warp, oder... Ja. Sollte ich eigentlich mal machen, wenn das dann rauskommt, weil... ...und die Liste-Waypoints eingeben müssen wir ein bisschen doof. Okay, die Kohle ist auch weg. Dann gehen wir nicht hin. Äh, der wird... Wir sind ja schon wieder über eine Stunde dran. Plus, minus, äh, ja eigentlich plus... Nein, das habe ich also 19 Minuten, hat man noch vor jetzt immer bei 7, 5, 8, 5 Minuten. Ja, ich mein, plus die Rum-Effel-Rei mit dem Server und alles. Achso, ja, genau, das war ja auch noch. Müssen wir ja auch dazu ziehen. Also sind wir schon so... ...eineinhalb Stunden oder so, oder mehr. Nee. Dann sind wir schon... ...so zwei Stunden hier dran. Ungefähr. Ungefähr. Hast du das jetzt gehört? Nein, ich bin zu weit weg. Ja, gut, dann passt. Creeper. Creeper. Das habe ich jetzt gehört. Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe euch nicht. Euch nicht? Hier ist Cobblestone. Warum auch immer? Jetzt weiß ich warum. Dungeon? Nein. Nein, 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 alles weg. Gerade noch so aus der Lava gerettet. Und dann gestorben. Ich bin auch tot. Alles da, alles da, alles da, keine Sorge, alles da. Ich bin auch weg. Ich bin weg, ich bin weg, sowas von weg. Ja. Zum Glück habe ich mich noch runter... Ah, es brennt nur gerade die ganze Mine ab. Auch jetzt war ja schon so ein hohes Level. Ich habe Gold gefunden, wie ich mich noch angekramen habe. Mein Stahlhammer ist kaputt. Weil ich glaube, ich downgrade wieder auf die 1.1 allein, nur um mit den Language Pack Änderungen zu spielen. Ich weiß gar nicht, warum das in der 1.2.5 oder jetzt einfach nicht geht. Kann er sich auch nicht. Ich habe mich schon hier so... Es wird doch irgendwie so ein Mod geben. Für jeden Scheißdruck gibt es ein Mod. Es gibt einen Tornado-Mod, was kein Mensch braucht. Ja. Aber ein Mod, mit dem man das Language Pack bearbeiten kann, das gibt es nicht. Ja, ist irgendwie sinnlos. Ich verstehe auch gar nicht, warum sich der Client dann aufhängt, wenn man jetzt ein Buchstaben verändert. Es reicht ja schon, wenn du da reingehst und einen einzigen Buchstaben änderst. Dann stürzt dir schon der Client ab, wenn du das umstellst. Ich meine, das weiß doch der gar nicht. Boah, der Creeper, wenn jetzt ein Spinnnetz nicht rein wäre... Du was? Schon wieder explodiert, meine Güte. Wie viele Creeper sind da jetzt schon explodiert? Keine Ahnung, hier ist so ein richtiges Nest, ey. Creeper-Spawner. Haha. Ich weiß nicht. Ja, weiß ich auch. Das wäre es aber mal. Tun die sich ein eigenes Spawner kaputt machen. So, da hoch gehen wir nicht. Wollen wir da rein. Wir gehen zu der Spinne. Nein! Lol. Ach, ich seh dich. Ah, da. Ach, da ist Lava davor. Du bist hier schon fleißig ausgeleuchtet. Ja. Und Kohle übersehen. Ich weiß. Aber warum? Wegen dem Wasser. Warum, Frank? Hier ist Wasser. Kirchenverschwörungen. Boah, ich muss das unbedingt mal wieder spielen. Was? Habe. Was soll? Das ist einfach nur geil. Ich liebe es. Ich liebe diese Spür. Ich mag die Lilly, die ist mir sympathisch. Ähm, was? Ähm. Ja, ja. Ja, ja, machen wir weiter. Ja, Lüge. Ja, Lüge. Hallo, Zombie. Wie, dann brauchen die umherzukommen? Die Liesklassenkameraden sterben alle. Die werden von Statuen erschlagen und rauchen zu Tode und so. Warum ist hier so viel Koppel? Warum, lass es jetzt mit dem Zombie los, bitte. Nervt mich nicht. Jetzt kommt er. Oh, ne. Äh, ich hab halt keine Spitzhacke mehr. Hast du noch? Nein, ich hab nur noch eine. Warum kommt jetzt dein Enderman? Ja, der war doch da, oder? Ja, der macht mich grad kaputt, ey. Hast du noch angeguckt haben. Oh, Mann. Ja, der macht mich trotzdem kaputt, der blöde Arsch. So, als ob ich ihn kaputt gemacht. Hm. Wo sind die Minensäscher hin? Nee, komm. Für Kolo tue ich jetzt nicht meine Spitzhacke mehr kaputt machen. Aber für... Ja, ey. Komm her. Aber für Lapis. Boah, das ist ja noch eins. Lapis. Kann man eigentlich ne Hacke verzaubern? Nein. Oder doch auf... Ich schraube auf Effizienz oder irgendwas. Oder auf Haltbarkeit. Das weiß ich. Oh, die kann man nicht mitnehmen. Vorne war ein Creeper. Ich hab ihn gesehen. Müsst mal wieder was essen. Ich hab noch ein Schwert. Ja, ich hab noch ein Schwert. Ich hab auch noch. Tausche ich mal, bevor es kaputt geht. Ja, warte mal. Oh, mein Buben. Bei was hab ich eigentlich noch das da? Und mehr Lapis. Das ist hier so unübersichtlich. Hm, hm, hm. Ich renne einfach nur wild drauf los. In der Hoffnung, dass ich jemals wieder hier rausfinden werde. Ich weiß doch. Ich hoffe, naja. Creeper, nein! Ah. Creeper, senior Creeper. Leco bleu. Ich hab's gehört. Ah, schon wieder runtergesehen. Das sind aber ich mir mal so die alten Parts von die Portal 2 Parts aus dem Singleplayer angeschaut. Ah, schon wieder ein Creeper. Ah, schon wieder ein zweiter Creeper. Und schwumm. Meine Güte. Und wenn's so richtig fetzt und kracht, hab ich meinen Job echt gut gemacht. War das dabei? Das ist auch... Irgendwie aus irgendeinem Lied. Ach, jetzt warum kommt nicht auch ein Creeper? Ich schieß das Geld in die Lava. Das Geld in die Lava. Und den Creeper auch. Burn. Burn, Creeper. Burn. Ich fühl mich einsam. Ich glaub, du bist, wo du wärst. Keine Ahnung, ich such dich schon seit ne Stunde. Ey, blödes Gehlepp. Ich seh deinen Namen gar nicht. Na, da unten bist du. Du musst nach oben gucken. Ich guck ja nach oben. Aber wo nach oben? Äh, hier. Ja, hier. Na, hier. Hier, hallo. Ich steh vor dir. Jetzt hinter dir. Hier oben. Wo denn? Na, hier. Ja. Was zum Geier. Was? Na, hier. Ja. Ich steh doch genau hinter dir jetzt. Du siehst mich nicht, oder was? Nein. Ja, warte, hier. Guck, guck, hier. Guck. Du bist unsichtbar. Was istbar. Ist doch blöd, ey. Muss ich mal sagen. Na. Keine Ahnung, dass du dich mal vor ein Skelett oder so anschießt. Dann wird es dir vielleicht sichtbar. Ich seh dich gerade echt nicht. Super. Hast du dich tippet, oder was? Ne, ich hab schnell Späck gemacht, damit ich wieder meine Sachen hab. Das gibt's doch nicht. Lass dich mal irgendwie vor ein Skelett oder so anschießen. Da ist eins. Hat er doch, hat's doch schon. Ja, wie wirst du dann sichtbar? Das gibt's doch nicht. Nein. Na. Ich hab mal ne Axt weggeschmissen. Na du. Warum kommen hier eigentlich keine kleinen, also Cave-Spider? Sei doch froh, wenn kleine kommen. Ja, aber wo sind die? Keine Ahnung, die werden schon noch irgendwo einen Spawner haben. Die kommen ja zum Glück nur aus Spawnern. Ja. Die werden richtig fies, wenn die da auch wären. Zum Glück nur aus Spawnern. Ja. Nur gibt's die nicht in Spawnern. Oder nur in Spawnern wäre auch gut. Dann explodieren die dauernd. Spawner-Schutz-Programm. Spawner-Schutz-Programm. Hä? Keine Ahnung. Ey, wie könnte man wieder Arno zocken? Äh, auch lustig. Let's play, du getter Arno 2070. Bin ich noch bei meinem PC nix. Jo, weil wenn's deiner nicht hinbekommen, dann... Äh, ja, wenn's meiner nicht hinbekommen, dann bekommt's deiner auch nicht. Weil ändert sich das bestimmt. 2000 Euro PC. Äh. Wow. Wie viel Geld ist eigentlich schon gesponsert worden? Gar nicht. Gar nicht. Nö. Hat jetzt Player Hilfswerk? Nö, gar nicht. Ein PC für Marcel? Nö, gar nix. Jawoll. Creeper explodiert. Nein, nein, spinnisch schmeißt mich in Lava. Doch nicht. Hä, was jetzt? Nein, nein, Eisenfeld in Lava. Eisenfeld in Lava. Nein, 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 wie tief ist der Lavasee. Tö. Ich stehe hier gerade auf einem 5, 6, 7 Blöcke tiefen Lavasee. Oh, ich hab Mondtränen gefunden. Das wär. Ja, Mann. Vier Stück. Yay. Ja, nein. Ja, Pause. Nein. Nein. Ich hätte dich holen sollen, dann hättest du mehr bekommen durch Glück, 3, ich Idiot. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott.